Hallo, die Rettung ist da. Was passiert? Hallo, ich möchte ins Krankenhaus. Darauf lässt Ihre gepackte Tasche hier schließen, aber warum? Ich habe heute Nacht kaum Luft bekommen beim Schlafen und ich bin immer noch ganz atemnötig. Lassen Sie mich mal hören. Also, die Lunge klingt so, wie sie klingen soll. Ihre Sauerstoffsättigung liegt bei 99% und so wirklich Probleme mit dem Sprechen haben Sie ja auch nicht. Also rein objektiv bestätigt sich diese Atemnot jetzt nicht. Doch, hören Sie es nicht? Das ist stottern. Mir egal, ich bestehe jedenfalls darauf, diese Nacht in einem Krankenhaus überwacht zu werden. Okay, was sagt denn Ihr Hausarzt dazu? Hat er Ihnen zufällig eine Einweisung mitgegeben? Die brauche ich ja nicht, wenn ich mit Ihnen ins Krankenhaus fahre. Aha, wer hat Ihnen denn das verraten? Transportieren Sie mich jetzt oder muss ich mich beschweren?